Du möchtest dein Nebengewerbe starten und willst jetzt als Steuerfallen vermeiden. Ja, welche Steuerfallen gibt es eigentlich und vor allem auch, welche Fallen können dir später enorm auf die Füße fallen? Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Steuer mit Kopf auf YouTube. Im Großen und Ganzen gibt es einige Steuerfallen oder grundsätzlich allgemeine Fallen, die du auf jeden Fall beachten solltest. Also Punkt Nummer 1 ist ganz klar, du solltest rechtzeitig dein Nebengewerbe anmelden. Denn das ist vor allem einer der Punkte, wo man ganz klar sagen kann, das fällt einem später wirklich auf die Füße. Wenn das Finanzamt vielleicht sagt, hey, aber du hast kein Gewerbe angemeldet, deswegen die Anlaufverluste, die du durch die Investitionen hattest, erkennen wir nicht an. Gleichzeitig kann es aber auch passieren, dass die Gemeinde sagt, das Gewerbeamt, hey, du hast zu spät angemeldet, jetzt bekommst du eine Strafe aufgebrummt. Also das sind so ein paar Punkte und man sagt, das kann problematisch werden. Denn zudem ist es auch so, wenn das Finanzamt nicht weiß, dass du ein Gewerbe hast, dann hast du auch keinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt. Das heißt, in dem Zusammenhang auch das große Problem, wo man sagt, naja, du hast zwar Einkünfte, hast sie vielleicht sogar oder hättest sie vielleicht eine Jahressteuererklärung richtig angegeben, aber dir fehlen vielleicht die unterjährigen Umsatzsteuer-Voranmeldungen und die Steuernummer und weitere Formalitäten, die du benötigst, wie zum Beispiel Steuernummer, Umsatzsteuer-ID und weiteres. Schon gewusst? Jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Dann ein weiteres Thema ist durchaus das Thema, ein weiterer Bereich ist das Thema Rechtsformwahl. Ja, genau. Es kann nämlich nicht immer sinnvoll sein, dass du ein Nebengewerbe als Einzelunternehmen startest. Das kann durchaus sein, dass wenn eine zweite Person sich beteiligt, dass es eine Personengesellschaft ist oder du hier sogar in eine GmbH, UG oder AG reingehst. Einfach deswegen, weil ganz klar ist, dass du vielleicht schon im Hauptjob so viel und so gut verdienst, dass es heißt, es lohnt sich eigentlich nicht, dass ich hier in dem Zusammenhang noch mehr Steuern zahle, weil ich eh schon 40, 50 Prozent zahle plus Sozialabgaben und alles Mögliche drumherum, sondern dass du an der Stelle natürlich sagst, hey, meine Belastung will ich hier auf 30 Prozent deckeln. Oder vielleicht will ich auch meine Haftung begrenzen, denn die Gesellschaft mit beschränkter Haftung beschränkt ja deine persönliche Haftung für alles, was schief gehen kann. Da gibt es aber auch das Thema GmbH und CoKGs und ähnliches und sagt, ja, Personengesellschaft kombiniert mit Haftungsbeschränkung, das musst du selbst wissen. Grundsätzlich ist es ja so, dass bei einem Nebengewerbe auch hier Einkommenssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer anfallen kann. Denn das ist immer das, was gerne vergessen wird in dem Zusammenhang, dass unabhängig davon, ob es ein Nebengewerbe ist, also du kannst theoretisch auch ein Nebengewerbe haben, wenn du mit dem Nebengewerbe 100.000 Euro nebenbei verdienst, weil du zum Beispiel in deinem Hauptjob 2, 3, 400.000 Euro verdienst. Auch dann ist es ein Nebengewerbe. Jetzt ist es auch so, dass man hier ganz klar sagen muss, es gibt dann von da natürlich das Thema Einkommenssteuer, ganz klar Vorauszahlungen, die geleistet werden müssen oder auch das Thema Gewerbesteuer. Wenn du über den Gewerbeertrag von 24.500 Euro kommst oder auch die Umsatzsteuer. Denn hier sagen viele immer, ja, ich wähle jetzt die Kleinunternehmerregelung, weil das ist immer die beste Lösung. Nein, völlig falsch. Denn in dem Zusammenhang gibt es Fälle, wo man ganz klar sagen kann, hier ist die Umsatzsteuerpflicht besser. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du am Anfang hohe Investitionen hast. Also nicht jeder startet irgendwie, sag ich mal, mit Laptop und Handy, wobei auch da die 19% können sich Erstattung schon rentieren. Sondern manche brauchen vielleicht, was weiß ich, 3D-Drucker, eine teure Kamera, Laptop, Handy, Lichter, alles mögliche. Und wenn du dann mal schnell 10.000 Euro in die Hand nimmst, dann wird das Ganze doch etwas teurer. Und da dann am Ende 19% weniger zahlen, das ist durchaus ein Liquiditätsvorteil. Jetzt ist es aber auch so, dass man auch ganz klar sagen muss, die Kosten müssen richtig erfasst werden. Denn nicht immer ist es so, dass alle Betriebsausgaben sofort erfasst werden. Also beispielsweise, wenn ich sage, hey, Steuerberatungsrechnung oder irgendwelche Dienstleistungen, ich lasse mir ein Logo machen oder ähnliches. Dann ist das hier sofort als Betriebsausgabe abziehbar. Es gibt aber auch Punkte, wie zum Beispiel Laptops, Kamera, Monitore, alles mögliche irgendwo, wo halt ein bisschen teurer ist und wo auch über mehrere Jahre genutzt wird. Dort hast du eine Abschreibung, die AFA, Absetzung für Abnutzung. Und das kann durchaus natürlich dann hier der Fall sein, dass man ganz klar sagt, hey, ich habe an dieser Stelle hier dann, sag ich mal, eine andere steuerliche Auswirkung als im Geldbeutel. Denn klassischerweise, das Geld ist im Geldbeutel weg, das Finanzamt will aber bloß ein Drittel vom Geld weg haben, weil es sagt, das wird auf drei Jahre abgeschrieben. Das musst du bei der Steuerplanung beachten. Pünktliche Steuererklärungen sind ganz klar auch immer wieder wichtig. Das heißt, hier am 31. Juli als Standard. Die Corona-Sonderregelungen blenden wir euch hier nochmal kurz ein. Und ganz wichtig auch natürlich die regelmäßige Buchführung. Denn egal, ob du Kleinunternehmer bist oder ob du normaler Unternehmer bist, regelbesteuert, quartalsweise, monatliche oder sonstiges, immer monatliche Daten erfassen. Warum? Ich erlebe es so oft, dass viele im Nebengewerbe unter anderem deswegen scheitern, weil sie ihre Finanzen nicht im Blick haben. Also sprich, nicht mal wissen, hey, muss ich überhaupt Steuern zahlen? Weil am Ende sagen sie, hey, ihr habt doch eh Verlust gemacht und plötzlich steht eben zum Beispiel durch die AFA oder durch eine nicht mehr bedachte Einnahme, die vielleicht jetzt, sag ich mal, im Januar noch gezahlt worden ist, obwohl die eigentlich schon im Dezember, sag ich mal, verbucht wurde oder umgekehrt oder in 22 oder 23 nicht mehr gebucht worden ist, dann in 24 eben mit reinkommt. Da gibt es immer so Verschiebungen. Deswegen monatlich bitte deine Finanzdaten im Blick haben, denn es werden auch Vorauszahlungen fertig. Und ganz wichtig ist auch, scheue dich nicht davor, einen Steuerberater auch mal in Anspruch zu nehmen, denn ganz klar ist auch an dieser Stelle, es kann sich steuerlich rentieren, dass du zumindest einmal jährlich, was weiß ich, einen Termin bei einem Steuerberater hast, auch wenn es bloß ein kurzes Beratungsgespräch ist, eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas, klär deine Fragen ab. Das spart dir langfristig mehr Geld, als wenn du sagst, hey, ich geize lieber am Steuerberater. Ach übrigens, auf steuer-me-kopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1 zu 1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.